Ich bin ein ziemlich chaotischer Mensch. Ich habe manchmal keinen Plan, was da oben in meinem Kopf eigentlich abgeht. Ich habe die letzten Jahre viel ausprobiert, um endlich mentale Klarheit und Ruhe zu gewinnen. Kalt duschen, regelmäßige Atemübungen, Meditation. All diese Routinen habe ich jedoch nie lange aufrechthalten können. Es gibt jedoch eine, die geblieben ist. Das Journaling. Das Aufschreiben hilft mir, meine Gedanken aus meinem Kopf zu kriegen, sie besser zu verstehen und basierend darauf, bessere Entscheidungen treffen zu können. Ich verrate dir in diesem Video, wie mich drei Jahre Journaling verändert haben, was dabei eigentlich oben im Gehirn passiert und wie auch du in deinen Journalflow kommst für mehr mentale Klarheit und Kreativität. Also, lass uns Stifte und Papier schnappen. Los geht's! Ich selbst verspüre das Bedürfnis, das Erlebte aufzuschreiben, bereits seitdem ich zehn Jahre alt bin. Damals hatte ich eine Mischung aus Tagebuch und Kalender. Wiederbelebt wurde das Ganze durch die Pandemie, in der ich in der entschleunigten Zeit das Bedürfnis verspürte, mir mehr über meine Gedanken und Gefühle klar zu werden. Das ist inzwischen über drei Jahre her. Heute schreibe ich immer noch. Journaling, das ist für mich nicht noch ein weiterer Selbstoptimierungstrend. Hinter dem modernen Begriff Journaling verbirgt sich etwas ganz Fundamentales, etwas, das große Persönlichkeiten der Geschichte auch bereits lebten, das Schreiben. Schon Leonardo da Vinci führte ein detailliertes Journal, in dem er seine Gedanken, Skizzen und Beobachtungen festhielt. Auch der römische Kaiser und Philosoph Markus Aurelius führte ein Tagebuch, das später als Selbstbetrachtungen bekannt wurde. Und auch die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo führte ein Tagebuch, das als das Tagebuch der Frida Kahlo bekannt ist. Es enthält persönliche Aufzeichnungen, Zeichnungen und Reflektionen über ihr Leben und ihre Kunst. Das zeigt, dass Journaling nicht nur ein weiterer Trend ist, sondern bereits bekannten Persönlichkeiten beim Wirken und Schaffen unterstützt hat. Doch was für Prozesse setzt das Journaling eigentlich in Gang? Was da oben wirklich abgeht, dafür habe ich meinen YouTube-Kollegen Dr. Janis gefragt. Janis ist Arzt und beschäftigt sich in seinen YouTube-Videos mit Themen rund um Neurologie und das Gehirn. Es haben viele Studien positive Effekte gezeigt, die Journaling sowohl körperlich als auch psychisch haben kann. Das geht sogar hin bis zu einem niedrigeren Blutdruck und einer besseren Funktion des Immunsystems, aber auch mehr basic, einfach reduziertem Stress, einer besseren Stimmung und allgemein einem besseren, subjektiven, psychologischen Wohlbefinden. Das hat alles viel mit Erinnerungen und Emotionen zu tun, aber wenn wir uns das Gehirn einmal angucken, dann sind Emotionen relativ komplex und es gibt nicht so eine einfache Hirnregion, in denen man die zuordnen kann. Aber gerade für negative Emotionen wie Angst oder Wut gibt es doch eine Hirnregion, die besonders wichtig ist. Das ist die Amygdala. Die versteckt sich hier im Schläfenlappen, direkt unter der Großhirnrinde. Und weil sie unter der Großhirnrinde liegt, arbeitet sie vor allen Dingen unterbewusst. Und direkt daneben im Schläfenlappen liegt noch eine andere wichtige Struktur, das ist der Hippocampus. Über diesen Hippocampus beeinflusst die Amygdala gleich noch mit, wie emotionale Erinnerungen in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Es gibt eine ganz spannende Studie aus der University of California in Los Angeles. Die haben Probanden genommen, sie in ein funktionelles MRT, also einen Gehirnscanner gelegt und ihnen dann Fotos von Menschen mit negativen emotionalen Gesichtsausdrücken gezeigt. Und wie zu erwarten war, als sie diese Fotos gesehen haben, hat die Amygdala ganz aktiv, ganz hell aufgeleuchtet im Gehirnscan. Das Spannende ist dann der nächste Schritt. Da haben sie nämlich die Aufgabe bekommen, diese Gesichtsausdrücke verbal zu benennen. Also wirklich zu benennen, dass das Wut oder Angst ist zum Beispiel. Und in dem Moment, wo sie das gemacht haben, hat die Aktivität in der Amygdala deutlich nachgelassen. Und stattdessen ist eine andere Hirnregion deutlich aktiver geworden. Und zwar der präfrontale Kortex, ganz vorne im Gehirn, direkt hinter unserer Stirn. Dieser präfrontale Kortex, der ist unsere am weitesten entwickelte Hirnregion und hilft uns unter anderem über Emotionen und Erinnerungen nachzudenken und diese angemessen zu bewerten. Wie die positiven Effekte von Journaling entstehen, ist letztendlich noch nicht klar. Aber die eigenen Erinnerungen mithilfe von diesem präfrontalen Kortex nochmal anzugehen und zu einer stimmigen Geschichte zu verarbeiten, scheint dabei eine Rolle zu spielen. Eine interessante Erkenntnis noch dazu, handgeschrieben funktioniert das Ganze übrigens noch besser. Denn in Gehirnscans hat sich auch gezeigt, dass gerade beim Schreiben mit Stift und Papier die Aktivität der Amygdala nachlässt. Stärkung der Selbstwahrnehmung. Seitdem ich vor drei Jahren mit dem regelmäßigen Schreiben begann, lernte ich meine Emotionen, meine Trigger und auch meine Denkmuster immer besser zu verstehen und konnte so auch ein tieferes Verständnis von mir selbst gewinnen. Wann reagiere ich enttäuscht? Wann fühle ich mich einsam? Und was macht mich wütend? Ein Muster, an dem ich bereits Jahre arbeite, ist, dass ich mir immer chronisch zu viel vornehme. Ich stopfe mich voll mit Projekten, überlade mich und mein Kalender ist nur noch voll mit Terminen. Und da muss man erstmal verstehen, woher kommt das eigentlich? Und dann verstand ich immer mehr, dass es die Angst ist vor Leere und vor Bedeutungslosigkeit. Und ich mir tatsächlich auch einfach mal erlauben muss, freie Räume zu nehmen. Denn erst in diesen freien Räumen kann ich mir auch wirklich mal die Frage stellen, wonach ist mir denn heute? Sonst entscheidet das ja schon immer der Kalender für mich. Erst die Fähigkeit, meine eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen zu verstehen und zu erkennen, ermöglicht es mir, auch andere Entscheidungen zu treffen. Persönliches Wachstum. Was ich besonders am Journaling schätze, ist, dass ich das Aufgeschriebene ja auch Monate später, manchmal auch gerne Jahre später, zur Hand nehmen kann, mir nochmal durchlesen kann und merken kann, was ich auch für einen Fortschritt eigentlich schon gemacht habe. Aber natürlich auch, welche Themen vielleicht bislang liegen geblieben sind und welchen Themen ich mich wieder widmen sollte. Das kann auch eine sehr beruhigende Wirkung haben tatsächlich, wenn ich also in meinem Journal lese, dass es eine Situation gab, in der ich überhaupt nicht weiter wusste, wo ich keinen Weg gesehen habe und egal wie hart es war, auch in der Vergangenheit, es ging irgendwie weiter. Und auch das durchzulesen, ich finde, das kann ein gutes Gefühl geben. Warum Journaling so mächtig ist für die Entfaltung deiner eigenen Persönlichkeit, finde ich für mich persönlich, ist vor allem, weil damit eine ganz eigene Wertschätzung für die Gedanken- und Gefühlswelt einhergeht. Also, dass es mir überhaupt wert ist, darüber nachzudenken und aufzuschreiben, was gerade in mir lebendig ist und ich nicht das einfach nur abtue und sage, ja, es ist ja heute da und morgen interessiert es mich nicht mehr, das gibt ein anderes Gefühl. Die Summe deiner Gedanken und Gefühle, die du jetzt gerade empfindest, das ist ja auch am Ende erst mal das, wer du jetzt gerade als Mensch überhaupt bist. Und wenn du dann Monate später, Jahre später nochmal im Journal blätterst, dann hast du wirklich die Möglichkeit, deinem alten Ich zu begegnen. Für mich ist das ein Game Changer für persönliches Wachstum, denn nur wenn du weißt, wer du warst, wirst du auch wertschätzen können, wer du heute bist. Ich glaube, der meisten von euch ist jetzt klar geworden, warum Journaling für mich so ein mächtiges Tool ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, vielleicht bist du schon dabei, vielleicht möchtest du auch gerade losstarten. Wie starte ich denn jetzt in meine ganz eigene Journaling-Reise? Der Einstieg ins Journaling. Ziele definieren. Die wichtigste Frage sollte man sich direkt zu Beginn stellen, warum will ich eigentlich mit dem Journaling anfangen? Menschen, die journalen aus ganz unterschiedlichen Gründen, das kann zum Beispiel sein, weil sie mehr Dankbarkeit empfinden möchten, eignet sich das Dankbarkeitsjournaling oder weil sie gewisse Ziele erreichen möchten, also eher einen zielorientierten Ansatz. Vielleicht ist es aber auch nur der freie Gedankenfluss, um das, was im Kopf ist, einfach wirklich mal aufs Papier zu bringen. Bei mir ist es tatsächlich so eine Mischung aus Dankbarkeitsjournaling und vor allem dem freien Gedankenfluss, denn in meinem Alltag, da habe ich bereits schon so viele feste Rahmen, wo alles organisiert und geplant ist, vor allem auf meinen digitalen Geräten. Jetzt mal einen Rahmen zu haben, wo es eigentlich gar keinen festen Rahmen gibt, sondern wo man einfach mal wirklich drauf losschreiben kann und man machen kann und man fließen lassen kann. Das ist für mich mein Ansatz beim Journaling. Ich habe mittlerweile keine Angst mehr vor weißem Papier, aber ich weiß, dass das damals auf jeden Fall ein Thema für mich war, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, was schreibe ich denn da jetzt auf, wie formuliere ich denn meine Gedanken. Ein guter Einstieg kann da zum Beispiel dieses Journal hier sein von Rix. Das ist ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Sie hat das wirklich mit Liebe zum Detail illustriert und entworfen, viel Zeit und Gedanken heingeflossen. Und das ist wirklich der perfekte Einstieg, um da wirklich mal anzufangen, wenn man nicht so richtig weiß, was soll ich denn da jetzt eigentlich aufschreiben. Also zum Beispiel, welche Gefühle sind heute besonders präsent? Wo im Körper spürst du sie? Was meinst du, warum sind sie da? Wollen sie dir etwas mitteilen? Das heißt, hier hast du perfekte Impulsfragen, eigentlich mit denen du gut starten kannst, aber auch hier sind natürlich Seiten dabei, wo du einfach Free Flow mäßig drauf losschreiben kannst. Zudem gibt es noch ein Bedürfnis und einen Gefühlskompass. Das heißt, da kannst du auch wirklich checken, was geht gerade ab, wie fühle ich mich? Das ist natürlich besonders spannend, um da wirklich, ja, sich selbst ein bisschen auf die Schliche zu kommen und sich selbst besser kennenzulernen. Meine Gedanken und Worte bleiben nicht in meinem Kopf und sie gehen auch nicht in die Lehre. Am Ende steht meist etwas anderes auf dem Papier, als das, was ich anfangs gedacht habe. Das ist die Magie des Schreibens. Wenn du an diesem Journal interessiert bist, dann schreib mir doch gerne bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail. Deine Gefühle und Gedanken sind natürlich etwas sehr Persönliches, deswegen ist es sinnvoll, ein Journal zu wählen, das sich auch anspricht. Egal, ob es sich um ein einfaches Notizbuch oder ein verschnörkeltes, gestalterisches Journal handelt, finde etwas, das sich zum Schreiben ermutigt. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage nach dem Schreibwerkzeug. Da kann man natürlich auch wählen, zwischen Bleistift über Kugelschreiber bis hin zur Feder. Ganz am Anfang, da habe ich es sogar digital versucht und habe das Ganze mal eingetippt. Das hat aber für mich wirklich nicht die gleiche kraftvolle Wirkung entfaltet, wie die Dinge aufzuschreiben. Jetzt ist es natürlich so, dass man nach ein paar Jahren da auch mit seinen 20, 30, 40 Journals ordentlich Kapazitäten zum Lagern braucht. Da ist natürlich eine digitale Möglichkeit eventuell wirklich sinnvoller. Dann würde ich aber auf etwas zurückgreifen, wo ich auch wirklich mit einem Stift schreiben kann. Zum Beispiel sowas wie Remarkable oder Kindle Skribble. Regelmäßige Schreibroutine festlegen. Wie mit allen Gewohnheiten ist eine konsequente Routine entscheidend. Ich finde meinen Teil, ich schnappe mir mein Journal meistens am Morgen, wenn ich erst mal ein bisschen klargekommen bin, setze mich dann in den Tisch, trinke dazu mal einen Tee und schreibe dann meine Gedanken auf. Aber abends kann auch eine gute Zeit sein, um den Tag Revue passieren zu lassen. Abends schreibe ich auch manchmal vom Bett aus, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich viel schreiben will, dass ein Tisch einfach extrem sinnvoll ist. Wenn es mir mal wieder ein bisschen zu viel wird, hier in der WG, hier ist ja doch etwas Trubel, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt, dann gehe ich manchmal auch einfach raus in die Natur und schreibe da. Manchen hilft es auch, eine feste Zeit am Tag festzulegen. So, jetzt ist Journalzeit. Für mich hat das bislang nicht so gut funktioniert. Einfach aus dem Grund, dass ich sage, ich habe schon so viele Zwänge, es gibt schon so viele Verantwortungen. Ich möchte nicht auch das jetzt noch so als To-Do in meinem Kalender haben, sondern es muss wirklich bei mir intrinsisch mittlerweile entstehen. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich möchte was aufschreiben. Das heißt, es gibt auch mal Tage, da schreibe ich gar nichts auf, weil ich es vielleicht gerade nicht fühle, umso mehr schreibe ich dann vielleicht am Tag danach. Insgesamt ist die Zeit zwischen den Einträgen aber auf jeden Fall deutlich kürzer geworden über die Zeit. Lang zum Anfang, vielleicht noch Wochen dazwischen, ist es jetzt wirklich so, dass es höchstens ein paar Tage sind, wo ich mal eine Journal-Pause einlege. Da es ja immer wieder etwas dauert, ein neues Habit zu verankern, macht es vielleicht Sinn, zum Anfang tatsächlich sich eine feste Zeit festzulegen. Aber irgendwann, wenn es dann eher zur Routine geworden ist, dann kann man das Ganze auch ein bisschen freier angehen. Einfach starten. Starte doch mit deiner Zieldefinition und schreibe ein Letter of Intention an dich selbst. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich wieder mehr in meine Energie und Stärke finden möchte und mich besser kennenlernen möchte und verstehen möchte, was meine Bedürfnisse sind. Das kann zum Beispiel eine Intention sein für das Hefte, aber es können natürlich auch andere Intentionen sein. Es kann zum Beispiel sein, gewisse Ziele zu erreichen oder Dankbarkeit zu empfinden. Also da auf jeden Fall für dich schauen, was ist das, was du mit dem Journal erreichen möchtest. Was ich besonders früh verstanden habe, ist, sei ehrlich zu dir. Es bringt keinem mehr was, wenn du dein Journal schreibst und irgendwelche Marketing-Texte an dich selbst verfasst, sondern damit das Journal wirklich seine volle Wirkung entfaltet, sei schonungslos, ehrlich und offen zu dir. Und das wird vielleicht ein bisschen dauern. Zum Anfang fühlt sich das auch ein bisschen komisch an. Gib dir selbst da ein bisschen Zeit und dann merkst du, es wird immer besser und du wirst auch immer ehrlicher mit dir. Also, abschließend lässt sich sagen, Journaling, das ist für mich nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Es ist einfach eine der effektivsten Strategien, um meiner matschigen Birne hier ab und zu mal etwas Klarheit zu bescheren und auch die effektivste Strategie, um wirklich auch Gedanken zu sortieren und einmal zu Ende zu denken. Zudem hat Journaling meine Persönlichkeit gestärkt, indem es meine Selbstwahrnehmung und meine Selbstwirksamkeit geschärft hat. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie Journaling für mich funktioniert und ich hoffe, dass da ein, zwei Ideen dabei waren, sodass auch jetzt du mit dem Journaling starten kannst oder wenn du schon dabei bist, auch nochmal ein, zwei Inspirationen mit auf den Weg bekommen hast, um jetzt wirklich Vollgas zu geben und auch deine Ziele zu erreichen. Und am Ende möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken, denn aktuell finden immer mehr Menschen zum Kanal und ich finde, es ist eine richtig großartige Sache, dass wir hier zusammen Gedanken entwickeln können und austauschen können und ich entwickle mich auch durch YouTube, durch diese Videoproduktion, durch das Recherchieren und Auseinandersetzen mit Themen unheimlich weiter und wenn wir uns da einfach zusammen auf so eine Reise begeben können, zu schauen, wie können wir uns im 21. Jahrhundert möglichst gelassen orientieren und zurechtfinden, dann finde ich das echt großartig und ich freue mich über jede und jeden von euch, die zu diesem Kanal stoßen und hier da mit dabei sind. In diesem Sinne freue ich mich sehr, 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 dich bald hier wiederzusehen und würde sagen, mach's gut, pass auf dich auf und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.